Sie haben gesagt, sie warten vor, dass sie gut waren am Morgen. Sie haben gesagt, sie wollen mein Panama. Was soll ich sagen? Kapital hat keine Angst vor ein Paranapam. Sie haben gesagt, ich wäre ein Junkie, der recht erst verbarert. Sie ist ein Junkie, der mit Forschung will ein Gänzungsang. Sie haben gesagt, sie wollen mich schwiegen, wenn ich nicht bezahle. Aber Gottes große Brüder, ein Paranapam. Sie haben gesagt, ich wäre ein Junkie, der recht erst verbarert. Sie sind schon.